Hallo meine Freunde, da bin ich wieder mit The Walking Dead und wir sind heute bei Episode 3 angelangt. Und ich möchte gar nicht lange rumstacken, wir legen einfach mal direkt mit der Episode 3 los. Und die Episode 3, ja, heißt Der Lange Weg und sieht schon sehr einladend aus. Ähm, ab geht's. Und du hast den Duck von diesen... Monsters. Und du bist auf Larry in der Drugstore. Ich werde das nicht vergessen. Keine Ahnung, dass du dich ausstattest. Das sind die Leute, die in meinem Camp rauchten. Calm down, du bist Paranoid. Fuck you! Du sagst jemanden aus dem du bist, oder dass du dich in diesem Ort bist? Das stimmt. Ich weiß, wie du bist. Und ich weiß, du bist ein Körger. Er ist nicht tot! Somebody help mich! Komm, wir wissen, dass dieser Mann nicht zu machen wird. Kenny! Was die? Das Sounds wie ein Auto. Es ist ein verdammt, was und Essen hier ist. Du bist richtig. Wir sollten nicht das nehmen. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und das ist unsere Glückwunsch. Und das ist unser Glückwunsch. Vielleicht. Sie werden uns überraschend nehmen. Ja. Und das weniger ich sehe, desto mehr ich bin. Oh, Mann! Du hast noch einen Gedanken gemacht? Was? Wenn es um die Verlangen zu machen geht, ich glaube, du bist in der Let's Stay Put Camp, weil ich mich immer wiederholt habe, um alle zu verlassen. Vielleicht haben wir uns dann verletzt. Also, du bist mit Lilly? Ich weiß nicht, ob ich noch länger neutral bleiben kann, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Reise habe. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Reise haben. Keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob es nicht sicher ist. So viel für die Militär. Das wird nichts. Das ist ja nur am Seufzen. Ich gucke mir den Müll an und er... Lillie ist nicht so gut, oder? Sie wird gut. Wenn du so sagst, bist du derjenige, den sie nicht mehr übernimmt. Du und Clem. Ah, jetzt weiß ich, was er machen will. Ich weiß nicht, was er ist. Die Frau ist immer mit mir verletzten, dass ich aus dem Auto rausgebracht habe? Was denkst du? Gott, ich habe gehört. Was getan ist getan. Ich habe es gefragt, ob das Mann auf Herschel's Farm vor dem Nacht. Wirklich? Ich habe nicht sicher, ob es ihn verletzten. Natürlich hat es. Es war eine schreckliche Situation für Sean. Ich bin nur Angst, dass er immer sein will, dass es sein ist. Du bist sicher, dass du damit bist? Lee, ich bin gut, ich habe das. Gib mir deine Hand. Shit! Jesus, bist du okay? Nein, Dick, ich bin schockiert. Geh weg! Nein! Nichts! Geh weg! Geh! 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 Eyo, ich glaube nicht! Geh weg DEhin! Es ist eine Frau! Wir müssen sie zu helfen. Wie? Le дальше sie sich zu lekov. Alle wollen wir wenden. Wir haben nichts dorthin. Wir müssen unternehmen. Wir müssen Durke. Deine weh Clearly zu geben. Wir müssen sie aus der Mindenrolle Ja, Motto생 labs! Was sagen Sie? Wir sagen zu sie her, sie segarten bottle ok. Sie verdagen kommen in einenreben Zeitraum. Wir müssen uns die Zeitㅋ Denken Sie sich Blackiab�eten. Alle goodness k einmal die��igen wir nicht sehen können, schießt Gnadenschuss der Komischwetter nicht zum Arschloch Oh Gott Schau dir haben was du getan hast, der da ja Hätte ich sie retten sollen? Ne, die war doch eh tot Ich hätte ihr Bein amputieren können Na ja, haben wir ja letztes Mal gesehen wie das ausgeht Es ist schrecklich, aber wir haben nicht viel Zeit Geh alles, was du aus diesen Racken Keine Ahnung, was du hinter dem Schrauch Ich werde hier entfernen und dann müssen wir gehen Der 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 Den Der 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 Die Ich warne dich. Oh mein Gott. Oh, oh, Kenny. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Ben hat ein paar Sticker in einem Schrauch, und ich sie auf meine Walkie. Hey, sweet pea. Das ist nett. Ich werde dich in einem Moment finden. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Was hast du? Kannst du dir ein Zeichen, der sagt, die Männer sind weg, und kommen und schrauben unsere Frauen und Kinder. Huh. Das merke ich mir. 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 Das merke ich. Das merke ich mir. Das redere. Das ist ein Zeichen. Und ich weiß das Ansternste. Die Leute, die ich in dir信 will, wird geringer jeden Tag. Das wird jeher. Jetzt haben allevenden rausgebracht. Danke. Hast du den Kopf geschüttelt? Und jetzt, wenn sie paranoid ist, ist das ein schlechter Mix. Es werden Sachen gestohlen? Wo war wer von uns denn? Ich mag es nicht. Es ist wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht verwendet. Entschuldigung, wie bist du, Lee? Du musst viel versuchen mit Lilly. Du musst das alles durchführen. Ich weiß nicht, wie wir es durchführen können, given alles, was passiert. Also, was dann? Zeit wird kommen, wir müssen das beste für unsere Familie machen. Und das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir machen. Du glaubst, alle hier? Mehr oder weniger. Ich habe natürlich meine Probleme mit Lilly, aber ich sie nicht nicht. Ja. Wir können uns nicht mehr auf uns mehr als wir haben. About the guns. Du musst nicht anfangen. Ich wollte nur sagen, Kat, es ist wahrscheinlich gut, dass sie dich nicht zufrieden machen. Danke, Lee. Ach so. Ich rede wieder mit beiden. Okay. Kann ich hier hinten was suchen? Nee. Ich glaube, ich kann hier irgendwie lang gehen. Eine kleine Bastion haben sie hier auch gestellt. Eine kleine Bastion haben sie hier auch gestellt. Was? Ja. 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 Ich werde dich später sehen, Doug. Okay. Over the month. Hey, Ben. Was ist das, Lee? Du fühlst dir gut für die Gruppe? Was? Gut? Ja. Wie ist deine Spirits? Ich bin gut. Ich helfe, nicht wahr? Für sicher, Ben. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist jemand da, was da? Nein. Nichts. Wirklich. Wirklich? Ja, totally. Was ist gut. Du kommst hier nach hier zu Macon? Ich habe nicht vieles Grund. Meine Eltern lassen mir die Fahrzeuge in der Stadt auf der weekenden. Aber was ist in Macon? Es ist ein bisschen eine waste Zeit, compared zu Atlanta. Ich bin in Macon. Oh. Ich wollte nicht sagen, dass es schrecklich ist. Es ist super schön. Ich meine, nicht jetzt, aber ich glaube, es war. Es ist... Oh, mein Schuss, Philippe. Was denkst du über Lilly? Sie schreit die Schreck aus mir. Das ist eine rechtliche Sache zu fühlen. Ich bin nur Angst, dass sie schrecklich wird. Talk to dich später, Ben. Bis zum nächsten Mal. Es ist... Das war die I'm sorry You don't have to apologize Did you come in here to give me hell or to coddle me? I wanted to follow up on what you said about stolen supplies Do you know what's going on? Ich habe nicht. Ich habe nur gehört, dass du das erwähnt hast. Dinge sind, und ich kann deine Hilfe nutzen. Es gibt einen Traitor. Einige, einen von uns, da draußen. Er oder sie oder sie haben schon beobachten. Für real? Wer? Was hast du? Ja, für real. Und ich habe keine Scheiße. Ich weiß nur, dass ich es. Lilly. Es kommt oft, und es ist die gute Sache. Antibiotics, Oxy. Fuck, alles mit Opium in es. Ich sehe das, und es ist gut. Ich habe meine eigene. Das ist ein, das zu verabschieden. Ich bin ein fucking messer, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich eine Witch Hunt beginne. Also, du willst mir einen? Ich will, dass du dich aufgerissen kannst. Was ist da, was zu gehen? Ich habe das, das in die Brühe zu verabschieden. Wir haben nicht verabschieden, wir verabschieden. Du würdest nur versuchen, zu verabschieden, wenn du es benutzt, wenn du es nicht brauchst. Okay, ich werde ein bisschen aufgerissen. Danke. Ein Mysterium. Jesus, Doc. Okay, du bist Robin. Yes. Was mache ich? Ich weiß nicht. Geh schau mal. Ich weiß, ob du etwas wunderschön findest. Ich bin auf der Kiste. Ich bin auf der Kiste. Hey, Clementine Hey, Lee What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing My teacher, Miss Moore, showed us how to do them When we went to the botanical garden once See? It's the same Um, kind of Now that's really something I'll make one for you, too Do you like it here? I don't like it here Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else I don't know Maybe if I knew where? Yeah, that'd be a good thing to know What do you think about Doug? He's cool Cool? He knows things You don't think he seems down? Like sad? Yeah Everyone is You? I'm okay You didn't accidentally break a flashlight, did you? No Did Duck say I did? No Did, uh, Duck break the flashlight? I don't think so He's just always blaming me for stuff Like what? Putting a bug on his pillow Did you do that? Yes I'll talk to you later, Clem Okay Okay Hey, Doug Hiya Do you know anything about this flashlight? Well, I can tell you Wait, 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 wait I know you know everything about this flashlight I'm asking if you know how it got busted Lily found it in a dumpster Oh No No, I don't I'll keep my eye out for some suitable parts, though That'll give me something useful to do I'll catch you later, Doug A flashlight was broken Was it you? No You're not in trouble if it was I know you get nervous And maybe you went out to go to the bathroom Broke it Got worried and tossed it What's with the third degree? I didn't break any flashlight Okay, then Talk to you later, Ben Bye Uh-oh Do you guys know anything about this broken flashlight? Fuck We don't got many of those Yeah, it's a problem The glass and the bulb are all busted out I saw some broken glass over by the ice machine I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it I forgot, though I'll talk to you later Bei der ice machine Och, man Lass mich doch da hinten langrennen Kann ich wahr Alter, er stellt sich ordentlich There's some broken glass on the ground there There's something drawn there Hmm Chalk Pink Hmm Duck A clue Maybe What do you think it is? I don't think it's anything Maybe it's a sign It could be It's pink chalk Which is weird Okay Back to investigating So, Clementine Mal sehen, ob du mir was sagen kannst Hey, Clementine Hey, Lee Do, uh You have any pink chalk? No It's gone somewhere Hmm Do you want blue? No, no, it's okay Psst Lee I found something What is it? I found this piece of pink chalk And a scuff of it over by the gate Really? Totally I was coming to see him for clues Yeah, Duck, I got it Good job Ha, ha, ha Er nimmt ihn einfach nicht für voll Cool Have you found anything else? Just the chalk I also found some bugs underneath the stairs Don't tell Clementine Okay, I won't You didn't break the flashlight, did you, Duck? No Mom and Dad won't let me touch any of their stuff Lily neither That's probably for the best You seem to know a bit about all of this You seem to know a bit about all of this The chalk You found the scuff here This is gonna sound crazy, but You're not involved, are you? No, I'm a good guy Stay inside the gate I will, I will I will, I will Nein, ich weiß nicht. Nein, nicht wieder rein. Du solltest das Ding hinter dir zumachen, du Vogel. Oh Gottchen. Muss ich dir denn alles erklären? Okay. Dann schauen wir uns mal um. Pah! 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 Wir machen es einfach. Wir haben mehr Befehlungen. Wir können die Verhandlung weitergehen. Es ist zu lange, Scheiße. Wir haben keine zweite Chance. Es war ein Mix-Up. Wir machen es mit deinem Zeitpunkt. Ich höre. Was wird es dauern, um ein Verhandlung zu erreichen? Über zwei, wie du uns hast. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ist das so? Na, ich denke, wir sollten ein paar Befehlungen aussehen. Ich mag keine Befehlungen. Mann, shut up, oder? Ich habe es schrecklich! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! We gotta get out of here! No, shit! Get those bastards! Cover our people and get them to the RV! Drink! Pull around to shit for brain, he's not there! Now! Get over here, hurry! Ma'am, you saved our asses! Get inside! Either of me! Help! Katja, hang on! Where is he? He's hiding behind that van! Get your asses around behind him! Get inside the RV! It's gonna be okay, go! Die! Oh, Christ! Let me get in the RV! Screw her! Let her stay! Please, Walker! Shit! Kenny, hurry up with that thing! Watch to the right! Right side! Walker's on the right! Please, left! Honestly, now? It's... That Fadenkreuz is also really hard! Please, Walker! Shit! Kenny, hurry up with that thing! Please, the Bells! Left side! Right side! Walker's on the right! Left side! Left side! Doug! Fine! Lily! Last chance! Get down here! Come! Shit! Cat! Cat! Jesus! Are you okay? I'm fine! I'm fine! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! I'm sorry! Calm down! We need to figure out why this happened! Nobody died! We're okay, right? Katya, you're okay? We just lost everything! We just lost everything! But we have our health! Cat's head is split open! I'm fine! Somebody in here caused this! Settle down back there! The bandits have had our number for weeks! This is different! Somebody was working with them! Whoever it was was slipping them our meds! They didn't get their last package, so they attacked! Calm down back there! That's nuts! Lee found a bag of supplies hidden outside the wall! It's true! So, Ben, I think we need to talk. Whoa, what? Lily, let's think about this logically, no? Logically? The new guy who could have easily been a plant? I think that's pretty logical, Doug. You think I'd do anything to hurt you guys? Don't play dumb. Were you hoping they'd eventually kill us all and you could join them? Why, Ben? What makes you think it was him? He's always so eager to see what supplies we've found. He came into this crew as stranger from the woods. It's pretty cut and dry to me. I came into this crew as a stranger. So you're saying you did it? Nobody did anything! I know I don't get wrapped up in the politics around here, but we really need to think before we start stringing somebody up! Doug, I appreciate your concern, but we have all the evidence we need. Doug's right. Let's just get on down the road. We can talk this out like adults. Why give someone who almost killed us the opportunity? Lee, you know what we've found! Just let me out of the car! I'll go! I didn't do it, but I'll go! Good. That sounds great. Lily, look at him! I'm... fuck! Jesus, I didn't! Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it! I... Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right. Well, we can deal with this now, then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Lily... Out. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out! Please, look, it wasn't me. Please stop accusing me. I'm really sorry you're upset, Ben. Just tell us you did it. No! This dumb fuck walker. You okay over there? Yeah, yeah. Son of a bitch. Then, you have no other options here. Leave him alone. I think you both are protesting a bit much. Don't you think so, Kenny? I'm not doing this. Come on, Lily. You're the one who found them. You can't just abstain. Fuck all that. This is nuts! We're out here on the side of the road. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. The hell you will. He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Evidence or not, this isn't any way to treat one of us. I've heard enough out of you, okay, Doug? Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you haven't told Kenny kills that walker to tell me it was you. No! Ben! Lily! This is about trust and I've never trusted you. Lily, lay off. I can't, Lee. You know I can't. Please, stop. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now! Please, let's just get back in the army. That's not happening. I can't handle this. There! I got him. Now, what the fuck's the problem? Ben! No! Oh my god. Drop it! Holy fuck. Kenny! What's happening? Keep duck away from the windows! Jesus Christ! Get in! We're leaving this crazy bitch! I didn't mean to. It wasn't supposed to be him. Just get in. We'll figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. She's a murderer for shit's sake. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Is that true, Lee? Oh my god. Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. To hell with it. I don't have anything left. I don't want to hear it. From either of you. Just get in. Oh my god. Verräterin. Was soll der Scheiß denn echt? Ich hätte dich da lassen sollen. So dankt die einem das. Verstehst du? Kann nicht sein, sowas. Lee? A word, please? What's up? Is Doug feeling all right? Oh, scheiße. What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do. From a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway. If you could tell Clementine, we would appreciate it. Oh man. Scheiße. Doug is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I... Don't feel good. What about Doug? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Scheiße. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day. And thought about dropping a hammer on your head. What? Why? In case you were up to no good. Before you there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV and tried to break the glass door with a rock. Then some walkers came and scared him away. The door was open. He was dumb. Hehehehe. Hey! What happened? Holy shit! Get off of me! Oh! We got something up ahead. Oh my god. Dang it. The road is blocked. Now we got to deal with this. The road is blocked. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. On foot, maybe. Can't really afford to do that now. This seems like a safe area. Well, this brush will stop anything from creeping up on us. You're not like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with her. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clint, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Doc's a bit dehydrated. It's a freighter, hun. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Huh? You worried about keeping her in there? I cracked a window. I sure as hell don't want her out here with us. How's that? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Has Clementine said anything to you about Doug or Duck or anything? I'm worried about it. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Doug. Where did yesterday go? Hmm. I don't know. You were standing right there. Are you doing okay? I was. It was awful. One of the worst things I've seen yet. I'm sorry you and... Oh my god, Clementine had to see it. I liked him very much. He'd spent some time in Belgium. Where your family's from. Yes. Even further away now. Anyway, let me know if anything changes here. Hey, Clint. What are you going to do with Lily? I don't know. Something I suppose. I don't know what we can do. She killed him. Yeah, it's horrible. Was it you? Not this again. Was it? No! Okay, then. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. You've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, uh, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. It's one hell of a mess. The door's closed. Yeah. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit. Think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Looks unopened. I'll take this to catch you. For duck. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Also kommt es im Endeffekt jetzt doch darauf hinaus, äh, läuft es darauf hinaus, dass wir zur Küste fallen. Ich bringe erstmal schnell das Wasser hin, da, damit der versorgt ist. Hier. Ich habe ein bisschen Wasser. Oh, danke. Perfect. Er ist allergisch zu Bees. Ist das richtig? Das ist alles, was ich immer noch zu denken. Wie, dass das irgendwie wichtig ist. Es tut mir nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht, aber du hast wahrscheinlich recht. Wir haben das in der Boxkarte da. Ich will mal nach Lily sehen. Ich kann's... Ich kann's... Ich werde dich verhindern. Nein, du bist nicht. Ich werde dich nicht verletzen. Komm mit mir. Wir können den R.V. jetzt nehmen. Du hast die Schläge in der Seite. Komm, Lilly. Ich dachte, du sagst, ja? Ich kann nicht, dass du den R.V. Du bist verrückt. Du kannst mich nicht nehmen. Entschuldigung, Lee. Ich bin wirklich. Holy shit! Sie ist die R.V. Lilly! Ich... Komm zurück hier, du verrückt! Fuck! Stopp! Wir fokussieren auf der R.V. So, die einzige Frau für ihn weg. Wir fokussieren, wenn wir nicht herausfinden, wie das Ding funktioniert. Wir können nicht hier die Nacht spüren. Wir fokussieren, sie sind nicht weg. Wir fokussieren, sie sind nicht weg. Wir fokussieren, sie sind weg! Ich könnte mich gerade nicht mehr bewegen, Freunde, deswegen habe ich gerade so blöd rumgestanden und das Ding nochmal angeguckt. Ich könnte mich nicht mehr bewegen, aber ich könnte mich nicht mehr bewegen, aber ich könnte mich nicht mehr bewegen. Ich muss bestimmt gucken, was ich reparieren will. Okay, da war gar nichts drin. War überhaupt nichts. Shit. We got one, Walker, sitting in the chair. We got him. I suppose we ought to look him over. Yeah. Das sieht nicht mehr so gut aus. Ich glaube nicht, dass dieser Mann zurückgekehrt hat. Christ. Das Licht ist blinken. Push es. Push es? Warum nicht? Are you fucking serious? Hier, schau. Das ist nur die Bremse. Okay, ich gebe dir das. Das funktioniert. Das funktioniert? Das sieht so aus. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Wie können wir es gehen? Ich weiß nicht. Das ist Herr Amtrak hier. Keine Ahnung. Wir schauen uns mal. Vielleicht geht es wo wir, wo wir wollen. Bögen? Ja. Nein. Das war Schicksal. Das hat euch einiges Werk. Das wäre ein paar Dämpfeer. Sie sind über die Stadt der Georgien. Es ist ein paar Bücher. Die Stadt und die Stadt. Oh mein Gott. So was. 6 ist 2 unten, Strich oben, unten, oben. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Oben, unten, oben. So, mal kurz rauf gucken. Oben, oben, unten, unten. Okay. Heilecksbüchle. Alter, ich hab's schon wieder vergessen. Alter. Hoch. Hoch. Und unten, unten, unten. So. Fünf. Zeitlich. Hoch. Ähm. Zeitlich. Neun. Einmal nach links drehen und nach rechts drehen. Ne, mehr kann ich hier gar nicht machen. Oh. 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 und jetzt noch mal nach rechts holen wort man die zentren gehafte die die nach hier wir haben uns hier Leigh. Wir freuen uns das. Komm, wir schauen, ob sie sich bewegt. Hey, süßchen. Hey, are you okay out here? No, wait. I don't think Duck feels good. Me neither. I'm sorry about the RV. I'm worried. We're really on our own out here now. We're putting some time into this train. Worse comes to worse. This boxcar is safe enough to sleep in. I'd better get back to it. Have you heard or seen anything out here? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you to scare the kids. Intuitiv hat er aber was gegen den, ne? Merkt ihr das? Merkt ihr das auch? Ich kann hingehen und ich hab nur die Möglichkeit, den irgendwie so ein bisschen anzuranzen, ansonsten. Das ist alles. Damn it. Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Ich muss den Gütervergong abmachen? Echt jetzt? Ah, jetzt komme ich hier lang. Okay. Oh my God. Oh. I took the lamp of the trains. That's fine. You can have that. Really? Yeah. I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here. And thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Oh, we are cooked. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love with the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer you all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on the... Stay with us. We'd like the company. How you doing, Ben? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Oh, I wish there's a walk. I'd better get back to him. Hey, Chuck. Howdy. Howdy. Where you from? You live around here? Georgia boy. You saw where I live. Why are you alone? Why not? Seems to be doing all right. Fine, then. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Hope so. Hey, sweet pea. That candy Chuck gave you. Taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Train's cool, huh? I guess. Scary, kind of. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then? I haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Huh? Damn, that's cool. That's it. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Oh, sure. We can keep going, if you want. Damn right, I won't. That's what we're doing. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Scheiße. Can I another Nebel ziehen? Okay, I'll take him. Ab geht's. Ob die mit den eckigen Sachen vorankommt. Na, da hat wohl gerade jemand drüber nachgedacht, über das unvermeidliche war. Gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids. No disrespect, son. Huh? There were more of us. Dad, get him? Yes. Oh, it's a shame. Lee. Lee, I need you, right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Thank you. Could you just get that off his face, please? Please? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. You need to stop the train. Kaja needs you, kitty. Duck will be fine. I'm sorry. I shouldn't talk like that right now. Go back there and tell my wife everything will be fine. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. This isn't about, Duck. It's not about my son dying. The hell do you know? You're not my friend. I don't hate you. You sure as shit haven't done anything for me. Ach so. You couldn't save Herschel's son then? And you can't save Duck now. Shut your mouth! So you're running like a coward. Just leave me the fuck alone! I don't need you, and Duck doesn't need you! I told Kaja I'd get you to stop me soon and bet your ass I'm gonna. Don't give a fuck that we don't get along. I'm not letting you do this to Cat and Duck. You don't even have a child! You don't know what this is like, you fucker! You're not helping my family! You're not helping Clementine! You're not helping anybody! My God. You want to hurt people because you're afraid! Losing Duck ain't enough for you! Because you're fucking loose everything acting like this! I'll fucking kill you before I let that happen! I'm sorry. He's waiting for you! Ken, it's... I think it's time. Der Mann wurde verletzt, insofern du das nicht herausfühst. Geh so lange wie du brauchst. Es gibt keine Zeit leften. Was werden wir tun? Wir können ihn nicht zu werden. Aber was wenn er nicht? Kenny, ich liebe dich sehr viel. Ich liebe unser Son mehr als Leben selbst. Ich brauche Sie zu hören. Was Sie sagen, dass er nicht lebt, ist schuldig. Aber... No. Es ist... Kommt, Kat! Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Ich weiß nicht. Es gibt keine Art Schild? Oder etwas, was wir ihm einfach geben können? Stop es. Wir können einfach nur schlafen und schlafen. Right, Frau? Ich meine... Jesus! Das ist unser Son. Ich weiß! Aber wir wissen, dass es hier ist. Oder nichts. Fuck! Also... Wer, dann? Du willst mich auch? Du musst nicht. Ich mach es. Nein. Du musst nicht. Ich mach es. Nein. Es sollte sein Vater. Nein. 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 Wann geht es? Wir können uns Ja. Ja. Geh uns einen Moment. Und sagen wir mal. Natürlich. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich werde dir das. Ich dachte, er wird sterben. Ich werde ihn aus seiner Schmerz. Oh. Ja. Schau, Clem. Dinge sind... Was? Finn, geh Clementine in den Train. Geh. Es wird gut. Was denn jetzt? Wie weit sind die denn jetzt in den Wald gerannt? Oh nein, die hat sich jetzt nicht selbst umgebracht. Kat! 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 Katja! Was? Katja! Was? 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 Oh mein Gott. Gott... Ai... Ai... Oh. Was machen wir? Gib mir die Räume, Kind. Ich werde es machen. Der hat jetzt beide verloren. Oh, scheiße. Der hat jetzt niemanden mehr.